Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch auf diesem Kanal natürlich alles zum Thema NFTs, DeFi, Kryptowährungen, die mit NFT oder DeFi zu tun haben, zeigen. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich euch immer wieder mal interessante Projekte, Projekte von denen ich denke, dass sie OG sind, zeige. Das sind meistens Projekte, in die ich auch selber investiert habe. Und heute soll es losgehen mit einem schon sehr alten Projekt, wenn man es im NFT-Bereich betrachtet, wo ein Monat so lang ist, ungefähr wie ein Jahr. Eines der ältesten Projekte sind The Hashmasks. The Hashmasks zeige ich euch jetzt hier direkt mal bei OpenSea. Die Hashmasks sind eines der ersten Generative Art Projekte gewesen, sind für eine Richtung wirklich Richtungsweisen gewesen, nämlich hier so verschiedene Figuren zu haben mit verschiedenen Köpfen drauf, verschiedenen Traits nennt man das. Und das ist wirklich sehr interessant, weil bei den Hashmasks, wenn man reinzoomt, gibt es diverseste Rätsel, mathematische Rätsel. Es gibt Hashmasks mit einem Fibonacci-Code, es gibt Hashmasks, die einen Phönix irgendwo drin haben. Also hier gibt es ganz, ganz viel zu entschlüsseln und deswegen sind die so spannend. Und wenn wir jetzt mal hier auf Highest Last Sale gehen, dann siehst du mal, was die wertvollsten Hashmasks sind. Man kann die Hashmask benennen, die hier heißt Sex, die wurde damals für sehr viel Geld verkauft. Ansonsten sind goldene Roboter sehr, sehr gefragt. Shadow Monkeys gehören mit zu den wertvollsten. Also das sind wirklich ganz, ganz interessante Kunstwerke. Und was an denen am allerinteressantesten ist, ist, dass sie passives Einkommen produzieren. Jede Hashmask kann umbenannt werden. Zum Umbenennen einer Hashmask braucht man einen Token. Und diesen Token, da brauchst du 1825 Stück davon. Und diesen Token produziert jede Hashmask am Tag und zwar 10 Stück. 10 Stück vom sogenannten NCT-Token, der Name-Change-Token. Und einmal im halben Jahr kommen 1825 Tokens zusammen. Und die kannst du dann verwenden, um deine Hashmask umzubenennen. Wenn wir hier mal drauf schauen, die Hashmasks heißen God of War, Mazuku, Bein, Flannel Man. Es gibt Hashmasks, die sind nach Trump benannt. Jeden Hashmask-Namen gibt es nur einmal. Biggie, 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 Can't You See? Losing the Sky with Diamonds, Decentralization. Also es gibt ganz interessante Namen. Es gibt natürlich auch eine Hashmask, die Obama heißt. Es gibt sogar eine Hashmask, die Covid-19 heißt. Natürlich auch eine, die Elon Musk heißt. Also wirklich ganz, ganz interessant. Und du kannst eben, wenn du eine Hashmask hast, diesen Name-Change-Token hernehmen, um deine Hashmask umzubenennen. Du kannst ihn aber auch einfach an einer Kryptobörse verkaufen. 10 Stück, wie gesagt, produziert eine Hashmask am Tag. Das heißt, es sind 20 Cent am Tag, Stand heute. Oder 6 Euro im Monat. Der Token war aber schon um einiges höher. Wir waren schon bei 10 Cent mal. Da hat eine Hashmask am Tag einen Euro produziert. 30 Euro im Monat. Und dementsprechend 360 Euro im Jahr. Also da kommt schon einiges zusammen. Ich habe 22 Hashmasks damals gekauft. Hier ist eine meiner Hashmasks. Hier bauen sich jetzt alle auf. Der hier heißt zum Beispiel Red Bull. Die heißt Binance CZ. Einige habe ich auch schon benannt gekauft. Das ist eben eine Hashmask mit einem Shadow Monkey. Hier einige mit den Totenköpfen drauf. Die hier finde ich auch super interessant. Die habe ich Paris genannt. Und das sind eben meine 22 Hashmasks. Und die haben in den letzten Monaten, im März habe ich die gekauft, 69.788 NCT angesammelt. Und wenn ich den bei 10 Cent verkauft hätte, wäre es mehr gewesen als jetzt bei 2 Cent. Aber immer noch ganz gutes Geld dafür, dass ich nichts zu tun habe und die Hashmasks fröhlich vor sich hin produzieren. Also Hashmasks ist wirklich so ein Projekt, das eigentlich jeder, der schon länger im NFT-Bereich dabei ist, kennt. Einige empfinden die Hashmasks ziemlich als OG. Der Preis geht mal runter, mal hoch. Momentan sind wir wieder in so einem Bereich, können wir hier mal drauf gehen, wie sich der Kurs entwickelt. Sind wir wieder in so einem Bereich, wo es runter geht. Das sind die letzten 90 Tage. Wenn man mal das letzte Jahr macht, sieht man, die waren sehr hoch. Dann waren sie ganz weit unten. Dann sind sie wieder gepiekt, weiter gepiekt. Jetzt gehen sie gerade wieder runter. Wie so vieles im Kryptobereich machen die eine Auf- und Abbewegung. Aber ich habe ja einen Horizont von 10 Jahren und dementsprechend juckt mich das nicht so sehr. Es gibt auch Hashmasks, du kannst hier nach den Trades suchen. Es gibt zum Beispiel Clown-Hashmasks. Hier, Mask, Doodle. Moment, müsste man Clown, glaube ich. Nee. Wo haben wir sie? Irgendwo müsste der Clown sein. Charakter. Hier. Robot auch nicht. Naja. Ich habe eigentlich gedacht, dass man den Clown hier suchen kann, aber vielleicht können wir hier einen finden. Es gibt ganz viele Clown-Hashmasks, die sind nach Banken benannt und weil es jeden Hashmask-Namen nur einmal gibt, sind die tatsächlich sehr wertvoll. Da hat sich mal einer einen Spaß gemacht, der hat gesagt, all banks are Clowns und hat dann angefangen Clown-Hashmasks aufzukaufen und die alle nach Banken zu benennen. Eine sehr lustige Idee. Ich habe auch eine Clown-Hashmask, die sieht so aus. Moment, so. Die habe ich noch ungenamed. Jo, Hashmasks finde ich ein super interessantes Projekt, wollte ich euch mal vorstellen. Dieses und viele andere Projekte stelle ich natürlich immer vor. Bei mir im Money Mentoring the Future of Finance, wo es die ganze Zeit darum geht, wo gibt es gute neue NFTs, wo gibt es interessante alte NFTs, die vielleicht zu guten Kursen zu haben sind. Ich sage immer alles, in was ich selber investiere. Wir haben einmal die Woche einen Zoom-Call, wir haben einen Telegram-Kanal, da schreibe immer ich rein, wenn ich was gekauft habe und wichtige News, die schnell an die Community raus müssen. Und wir haben unseren Discord-Kanal, wo die ganze Community drin ist und wo inzwischen 24-7-Austausch herrscht und wo, wenn irgendwo wieder ein Pack-Discord aufgeht, für zwei Minuten einer reinruft, der Pack-Discord ist wieder offen. Zack, rutschen wieder 20 von uns rein. Also wirklich sehr, sehr interessante Community, sehr, sehr liebenswert, sehr viele nette Menschen und sehr wertschätzend untereinander, was mir persönlich immer ganz, ganz wichtig ist. Und wenn du damit rein willst, hier unten ist der Link, melde dich gerne an für einen Call, dann schauen wir mal, ob das was für dich ist und ob du damit rein willst. Und bis dahin sage ich vielen, vielen Dank, wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen hoch da, betätige die Glocke, abonnier den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt All Things NFT. Und wenn es hier wieder heißt All Things NFT gibt, dann schauen wir mal, wenn es hier wieder gibt.